Und damit herzlich willkommen zurück zu Hauslipper und ich wünsche allen ein frohes neues Jahr. Ich hoffe ihr habt nicht so dolle gefeiert. Okay, wow, es wird immer besser. Wow, wow. Testweise, wo ist Tab? Gibt es das? Oh nein, noch nicht. Bald verfügbar, okay. Das Haus, okay. Das gibt es noch nicht, aber es geht schon stark in die Richtung. Für Gartengestaltung und so. Irgendwie... Ich probiere mal zu schauen, was... Was ist denn das? Das... Okay, irgendwie ist die Steuerung sehr merkwürdig. Moment. Hm. Ich schau mir mal was an. Okay. Gibt es da irgendetwas schon neu? Okay, ich schau mal das. Tim ist da. Hallo zusammen. Mit meiner Frau haben wir uns ein Haus gekauft und wir sind nun fast fertig. Ich möchte Sie bitten, die Wände zu streichen, da wir der Ansicht sind, dass alles in weiß einfach zu langweilig ist. Jawohl, würde ich auch sagen. Äh, ja. Auch die beiden fehlenden Klimaanlagen sowie zwei Heizkörper müssten installiert werden. Ich hoffe, dass sie... Ähm, oh Gott, ja. Ich hoffe, dass das nicht so lange dauern wird. Denn wir müssen bald... Wir würden bald gern einziehen. Ja, ich schaute und lesen. Super. Wow. Yay. Irgendwie habe ich es mit dem Lesen. Ich komme mir vor wie ein totaler Anfänger. Pfff. Haus einer alten Jungfer. Okay. Also hier haben wir aber keine Aufgaben, haben wir die. Hallöchen. Ach, das ist Wohn- und Esszimmer. Ähm. Mhm. Äh, ich würde sagen, das Helllache machen wir an die großen, langen Wände. Und zwar, was ist das? Sandmandelfarben. O. Wo ist denn Sandmandel? Wo ist denn Sandmandel? Wo ist denn das? Sandweil, Pfirsich? Bin ich jetzt irre? Hab ich irgendwas übersehen? Kakao, ja. Hä? Ach da. Ja gut, ich denke, da brauchen wir auf jeden Fall ein paar Einmaschinen mehr. Da. Äh, gut. Was haben wir am... Ah, okay. Also... Verkaufen können wir nicht, deswegen warte mal ab, ob drei Eimer reichen. Bis zum nächsten Mal. 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 Wahaha. Da ist noch ne Gans. Ok, ich bin nämlich auf dem Bett. Juhu. Ich bin zu schnell mit der Streicherei. Die Streicherei. Juhu. 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 Ups. Ist da noch was drin? Natürlich, ich hole mir das nochmal bei, dass ich nicht ganz soweit rubsen muss. So, wir erkennen das nicht. Es stehen doch alle auf Möbeln, um zu streichen. Nein, im Ernst, würde ich nie tun. In Wirklichkeit deckt man mal die Möbel ab oder schiebt sie auf Seite und deckt sie dann ab. So, wie weit komm ich hier, wenn ich, ok, da oben, ja, ich bräuchte noch Farbe, da oben die Ecke. Okay, schon wieder leer. Hm, es geht heute viel zu schnell. Gut, okay, nichts übersehen. Das wäre nämlich blöd. Oh, mich nervt das jetzt gerade selbst mit dem Rollsband. Das tut mir leid. Leute. Aber es geht im Moment nicht anders. Bin ich wirklich mit einem Eimer hier komplett durch? Nee. Wär auch zu schön gewesen. Schade. Ähm. Noch einen. Der muss dann halt da stehen bleiben. Sorry, lieber Auftraggeber, lieber Kunde. So. Nee, irgendwas habe ich übersehen. Irgendwas habe ich übersehen. Hm. Das gibt's doch nicht. Das habe ich irgendwo. Ah, jetzt ja. Okay. die Fenster ist sauber. Ach gut, ich habe hier noch das eine Fenster und dann kommt noch die Klimaanlage. Ich hoffe, dass ich das jetzt noch besser hinkriege. So. Ich weiß ja jetzt ungefähr, wie es geht. So. 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 Komm rüber. So. 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 So langsam komme ich in den Dreh wieder raus. Freut mich sehr. So. Jetzt kann ich das, das und zudrehen. Und zudrehen. Ich glaube zu auf den Tod. So. 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 Das ist. Nichts falsch. Ach. Das sind die Blumentöpfe. Oh. Das ist irre. Heizkörper für die Wand, die großen Handtuchhalter. Teile oder wie die heißen. Handtuchheizung. So. Nee, nee. Jetzt. Ja. Hier bin ich fertig. Okay. Seltsame Bartfarbe. Hier noch rein. Da fehlt auch noch eine Heizung. Und die Fenster sind schmutzig. Heizung. Normale Heizung. Ähm ja. Montieren wir nicht schlecht. So. Hallo Nachbarn. Hier bin ich. Ich kann euch wieder sehen und zuwinken. Oh. Meine Nerven. Diese Fenster sind echt übelst. Oh nein. Jetzt kann ich auch noch rosa streichen. Oh mein Gott. Da hin. Farben. Farben. Pastellrosen. Blassrosa. Rosenpastell. Okay. Rosa Nebel gibt's auch. Krass. Wie viele rosa Töne kann man haben. Okidoki. Mit was fange ich denn an? Mit dieser schwierigen Ecke. Ansehen. Tril. 3. 4. 5. 10. 7. 7. 8. 9. 10. 11. Musik Musik Das war's für heute. Tja, finito. Irgendwo fehlt noch was, Moment. So, jetzt geht's wieder besser. Krieg ich wieder mehr Luft, was war da? Hab ich da irgendwas übersehen? Ah, ok, ne, da ist ein kleiner, süßer Raum. Boah, Limone. Mit Limone streichen, ok. Ich möchte erst die Fenster wischen. Hu 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 hu. So. Dies ist ein wirklich kleiner Raum. So. 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 Vielen Dank. 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 Irgendwas fehlt hier noch. Was habe ich denn jetzt schon wieder übersehen? Oh Gott. Ob das mein Mikrofon aus ist? Ich bin verwirrt. Von da komme ich. Die Fenster sind auch sauber. Ich lasse jetzt die Türen auf. Es sind gerade Pups. Egal. Da habe ich auch die Fenster sauber. Was ist da. Oh Gott. Es gibt schon verrückt. Es gibt schon verrückte Fliesenfarben. Und... 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 Und...